Hallo, hier bin ich wieder. Ich bin Wickerlinde-Fahrer und ich habe eine kleine Boutique bei mir zu Hause eingerichtet. Boutique Shop, wie man es auch nennen will. Ich habe wieder ein paar neue Sachen bekommen und darum zeige ich euch ein paar Sachen, die ich das Gefühl habe, die ich wieder ganz fest veröffentliche. Also, dann fangen wir mit dem wunderschönen T-Shirt an. Das ist ein Material, das ist so traumhaft zum Anlangen. Es lässt sich gerne nicht beschreiben. Gehen wir mal auf das Motiv. Sternchen und Blumen. Schriftzug, sollte man noch Englisch können. Und die tolle Puffärmchen, die sind ja nicht herzig. Dazu haben wir Kettchen. Das kostet 25 Franken. Und das Blöverli ist 39 Franken. Von der Grösse her sind wir hier bei der Puppe mit der Kleidergrösse 36-38. Also da ist auch noch Luft. Man kann es auch noch mit der Grösse 40 tragen. Dann haben wir hier noch die tolle Hose. Die ist im Jogging Style. Die hat hier einen Gummizug. Und der Bund, jetzt geht es so. Ist ja so. Also im Leo Print. Dann haben wir hier den Hosen-Säck. Und auch hinten hat es Hosen-Säck. Das ist ganz ein weiches Material. Sie ist sehr streckig. Und auch die Hose ist in der Kleidergrösse 36-40-42 zum Tragen. Und dazu haben die wunderschönen Turnschuhe. Die habe ich jetzt in der Schuhegrösse 38. Die glitzern richtig schön. Und die kostet 35 Franken. Das ist jetzt die grössere Puppe. Die hat Kleidergrösse 44-46. Sie trägt hier eine wunderschöne Strickjacke. In wie rot. Mit dem schönen Strickmuster. Zopf drin. Sie ist ein richtiger Mantel. Sie ist sehr, sehr lang. Dazu haben wir die Handtasche in Silber. Passt eigentlich immer und überall dazu. Die Taschen ist 38 Franken. Und darunter hat sie das tolle Shirt da. Das ist in weiss gehalten. Und hat da ein halbjährter Stern drauf. Aus verschiedenen Materialien. Dazu gehört die passend silvere Kette mit dem Notenschlüssel. Und die Ärmel lässt sich da verlängern. Dann gehen wir zur Hose. Sie sieht aus, als ob sie gestrickt worden wäre. Aber das ist so ein toller Print. Sie ist auch im Jogging Style. Ober dran mit Gummizug. Und mit Hosen-Säge auf der Seite. Und auch hinteren lässig drauf gesetzt. Sie ist schön elastisch. Also sie passt sich wunderbar am Körper an. Zu einem herrlichen tollen weißen Stiefalletchen. Und den habe ich in der Schuhe in der Größe 38 Franken. Und der kostet 55 Franken. Ihr wisst, ich habe alles Einzelteile da. Und wenn ihr gerne mal vorbei kommen möchten. Ungenieure melden. Unter gerlindes-mode.li Findet ihr mich im Internet. Oder ihr lädt den einfach an. Auf 078 759 58 46. Kein Umverbindchen vorbei. Und ein bisschen stöbern. Welche Frau ist nicht verwöhnt? Oder man lässt sich selbst verwöhnen? Genau für die ist ein super tolle kleine Schörtchen. Das ist so richtig feinflauschig. So ein fies Strickpulöfferchen. Und ideal jetzt so in der Übergangszeit. Und das ist in der Kleidergrösse 36, 38. Im Tragen. Und kostet 39 Franken. Und das Halskettchen. Mit dem hübschen Leopard. Das wäre 25 Franken. Da sind wir wieder bei der grösseren Puppe. Kleidergrösse 44, 46. Und das ist das ideale Shirt für jede Hundimama. Der Herzschlag zwischen dem Hund und dem Besitzer. Ist das nicht süss? Das ist das lange Shirt. In Grau habe ich das jetzt hier. Und kann man in der Kleidergrösse 44 bis etwa 48 gut tragen. Am besten kann ich es einfach mal probieren. Und dann möchsen wir es. Und dann habe ich da noch das Halskettchen zu tun. Ich bin jetzt etwas Farbiges. Und das ist für 25 Franken zu haben. Und jedes Teil ist ein Einzelstuck, das ich da habe. Da zeige ich euch jetzt einen herzigen Zweiteiler. Das ist ein Top und das Blöveli drüber. Das ist jetzt in beige gehalten. Das habe ich auch noch in weiss und in hellblau. Also das Top geht bis hier. Hier oben sehen wir auch noch die Rägerchen. Damit ist der Silberfaden noch schön als Rännchen eingeschafft. Und hier mit den langen Ärmeln. Mit dem Bändchen. Der zweiteil kostet auch 39 Franken. Und hier habe ich jetzt so das lange Halskettchen mit dem engen Flügel genommen. Und das ist 25 Franken. Und nochmal etwas für die grösseren Damen. Hier haben wir noch einen Houdi. Den habe ich in rosa. Er ist sehr lang geschnitten. Wenn man da auf der Seite gesehen hätte es. Jackensäcke. Also, ja, Taschen. Und da drauf steht bla bla bla. Die haben wir geschehen auf der Seite. Dann sehen wir das auch besser. Und der modischen Bändchen mit dem Schriftzug darf natürlich momentan überhaupt nicht fehlen. Der Houdi kann man in der Kleidergrösse ab 42, 44, sicher bis zum 48 tragen. So, das ist jetzt wieder die kleine Puppe. Also Kleidergrösse 36, 38. Da haben wir jetzt so einen herzigen kleinen Rollkragenpulli. Der ist auch eher Kleidergrösse 36, 38. Also viel grösser täte ich es nicht mehr anlegen. Der ist so ein, ja, noch ein gestrickter. Herziges Steckrägli. Dazu die tolle Ananas. Oh, und was sagen sie zu dieser knalligen, pinkigen Hose? Und da auf der Seite mit dem Silberstreifen. Hose sagt, hinten hat sie keine. Sie ist im Jogging Style. Also sie hat da oben auch wieder einen Gummizug und eine Kordel. Other. 4 time sum! 3 Teil Throughout altura 3